hallo hier spricht heike von kochen macht spaß heute ist sonntags und sonntags gibt es bei uns immer oder öfter mal easy over eier auf unserem schwarzen kastenbrot ja dann starten wir jetzt gut als erstes mache ich die botaris rein die muss schmelzen und dann kommt die rolle her jetzt kommt der tricky teil das muss einmal umgedreht werden auf den kopf und es will nicht doch noch und so sieht unser frühstück aus kommt noch ein bisschen salz drauf und etwas pfeffer und fertig ist unser frühstück und so Bis zum nächsten Mal.